Nachdenkseiten Die kritische Website Ganz ohne Medien ist auch keine Lösung Von Tobias Riegel Ferienzeit ist potenziell eine Zeit, in der man sich vorübergehend vom steten Strom der Nachrichten, der Meinungsmache und der Diffamierungen Andersdenkender abschneiden könnte. Ist das empfehlenswert? Ja und Nein. Propaganda wirkt Sie wirkt auch auf medienkritische Menschen, zumindest unterschwellig wie die Nachdenkseiten etwa 2020 im Artikel Eine Woche ohne Massenmedien, ein Selbstversuch, beschrieben haben. Allein durch die stetige Wiederholung von aus dem Zusammenhang gerissenen Informationen Wirke Meinungsmache auch auf jene Bürger, mehr oder weniger stark, die sich des Einflusses von Propaganda sehr wohl bewusst seien Und die möglicherweise diesen Einfluss auf sich selbst bestreiten würden. Zustand der Medienlandschaft Ein zentrales gesellschaftliches Problem Der zitierte Text war während der Corona-Kampagne entstanden Die aktuelle Ferienzeit ist Anlass, auf diesen alten Artikel noch einmal Bezug zu nehmen Denn die Verengung des möglichen Debattenraums und die praktizierte Diffamierung von kritischen Bürgern Durch zahlreiche etablierte Redakteure großer Medien Haben sich seit Beginn der grünen militaristischen Schocktherapie nochmals erheblich gesteigert Der bei zentralen Themen zu erlebende weitgehende Gleichklang der etablierten deutschen Medienlandschaft Und ihre überwiegende Anbiederung an die zerstörerische aktuelle Politik der Bundesregierung Und deren Unterwerfung unter US-Interessen ist ein ernstes gesellschaftliches Problem Die absurde Praxis, bei der sich Regierungspolitiker der Lösungsversuche von Problemen rühmen Die sie durch ihre aggressive Politik zu Sanktionen, Energieversorgung, Waffendieferungen usw. selber verursacht haben Wird erst durch die totale Anpassung vieler Journalisten möglich Bereits vor der aktuellen medialen Zuspitzung zur Kriegsverlängerung Und zur vorsätzlichen Torpedierung des wichtigen deutsch-russischen Verhältnisses Gab es selbstverständlich massive Medienkampagnen Unter vielen anderen die Panik- und Diffamierungskampagne im Zusammenhang mit der Corona-Politik Oder zuvor das Medienverhalten zum jahrelangen Beschuss des Donbass Zu den Kriegen der USA, zu Fragen von Aufrüstung und Verständigung Zu Fragen von Rente und Besteuerung Zu Streiks oder zur liberalen Wirtschaftsordnung Aber die Gleichförmigkeit der Inhalte, die Feindschaft gegenüber Andersdenkenden Und die Bereitschaft vieler Redakteure, verwerfliche Kampagnen langfristig und fortgesetzt zu unterstützen Haben seit Corona und dem Ukraine-Krieg nochmals zugenommen Ferien ohne Massenmedien Für und wieder Da ist es naheliegend, sich bei Gelegenheit dem Strom der Massenmedien zu entziehen Wenn man diese überhaupt noch verfolgt Oft bietet die Urlaubszeit eine solche Gelegenheit Doch das Ergebnis einer solchen Selbstisolation ist in seiner Widersprüchlichkeit verblüffend Und es ist beileibe nicht so, dass der Schritt nur positive Folgen hätte Denn eine Pause von dem steten und ideologisch gefestigten Infostrom der großen Medien Rufe zwei gegensätzliche Gefühle hervor Wie es im zitierten Artikel in Bezug auf die Wirkung der Kampagne zur Corona-Politik heißt Zitat Zum einen eine Erlösung und Gelassenheit Denn, wie gesagt, sind auch Medienkritiker nicht gefeit vor den destruktiven Und mindestens unbewusst beunruhigenden Wirkungen der täglich wiederholten Panikmache Fällt diese weg, entfällt auch der Nachschub für die abgeschwächt auch auf Medienkritiker wirkende Angst Zitat Ende Das andere Gefühl ist aber eine stetige Besorgnis Erneut Zitat All das lässt sich auf die heutige Situation Im Schatten der Meinungsmache zum Ukraine-Krieg Zur Energiepolitik und den gravierenden Folgen dieser Politik übertragen So auch die Aussage, dass die dröhnende, neue gesellschaftliche Stille Ohne den sie übertönenden Propagandakor noch lauter erscheint als sonst Nur Massenmedien Die Welt wird einfacher Und es fühlt sich verdammt gut an Ken Jebsen hatte das Phänomen einst in einem gegenteiligen Selbstversuch erforscht Und dabei eine Woche ausschließlich Massenmedien konsumiert Danach sei man ein anderer Mensch Zitat Der Konsum von Medien, die nicht den offiziellen Faktencheck bestanden haben Führt unweigerlich ins gesellschaftliche Abseits Ist das gesund? Natürlich nicht Gibt es einen Weg zurück? Ja, aber sicher Ken Jebsen hat den Selbstversuch gewagt und ist begeistert Eine Woche Dauerkonsum von klassischen Qualitätsmedien haben ihre Wirkung nicht verfehlt Seine Welt ist wieder in Ordnung Auch du kannst es schaffen Wähle die CanFM geprüfte Exit-Strategie und werde wieder Teil der Masse Propaganda macht happy Die Welt wird einfacher und es fühlt sich verdammt gut an Zitat Ende Es wäre interessant, welchen Umgang mit etablierten Rundfunk- und Printmedien Und auch mit Alternativmedien unsere Leser im Urlaub pflegen Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Und wenn Sie auch etwas tun, können Sie auch bei uns abgeben, können Sie auch bei uns abgeben